ja halli hallo freunde willkommen zurück zu rocket league runde 3 steht an domme und mushroom gegen bunte ab und mich diesmal wird es noch spannender simon ist nicht gefährdet er jemand ist halt das tier macht nix macht nix das ist gut verwendet wenn man ein zu das tier nicht das kann man auch als beleidigung machen ohne dass das was merkt ja sie ja schon das ist das kann man auf die liste der zulässigen ja oder grenzwertigen der grenzwertig zulässigen ich komme simon jawohl komm doch mal dran da geht es ja ich wollte ihn springen mich drehen dann nur den sprung gedrückt doch mal jetzt gibt es gar nicht so langsam sorry vielleicht hätte es zu dir sagen sollen aber jetzt gibt es gas dommel nein zu hoch verdammt das ist ganz alleine vom tor normalerweise ist immer pfosten oder later oder daneben aber das ist blöd ich glaube immer wenn ich bis jetzt hier 1 0 geführt habe ich verloren in unserem 2 gegen 2 das heißt nix durch den elitepartner ah die elitepartner.de ja ja das ist elitepartner.de man suche einen partner für rocket league mit Niveau mit Niveau rocket league spieler mit Niveau gamer mit Niveau aber echt so langsam verwirrt jawoll shit nice so muss das absolut domme das war keine glanzleistung domme das tier das war aber ein sprung siehst du das klappt super klappt super geil sei ruhig wenn du fährst wenn du fährst yo nice jawoll ich bin zu spät gesprungen ja ich bin sorry ich bin zu spät gesprungen das war aber harsch auf okay nochmal dasselbe ah schade hat doch weiter geklappt Alter ich wär jetzt am autospektuell ne scheiße man komm untertor Fabian oh sorry ja ne alles gut gibts rein jawoll jawoll komm als ob ich in die vorlage so gehebe da kommt der ball schön zurück gleicher winkel Eintrittswinkel gleich Austrittswinkel ich glaube ich bring dich mal keine lust ah ich war oder wir beide fahren ja du musst daran denken das ist das dritte ne es ist unser fünftes match heute da sind die federn langsam müde die b-taste ist schon eingerostet okay so nicht Javi noch nicht gut geölt oder ja die muss man zur physiotherapie die b-taste holen oh oh alter ja war meiner bin nach links gesprungen anstatt grad aus okay habe ich nicht gesehen ich hasse solche Bälle eigentlich weil du siehst nicht was vor dir ist ja guck da schnauze nach links Mist geh drauf nein wieso ja komm Bunte jetzt wieso machst du das und bis nach links ich stehe da guck mal wieso bist du nicht hinten oh nein du hast ihn eingeklemmt ja ja jawohl Bunte bring ihn oh nein mushroom er war zu schwach oh er fliegt da rum ne wow alter nice double nice das war mal geschuckt alter guckst dir an ey kannst du nicht machen guckst dir an wie gut das sieht man leider nicht doch doch bock nein alter was war das so ne ich fühl mich vergewaltigt ich fühl mich jetzt braun alter das war echt nice prickshot oh man ich hasse oh man ich hasse nein ich hab's hier mal nein du hast mich fast versaut es war gut dass du es gemacht hast ich hätte sonst war von mir ganz leicht ganz leicht na nein oder so super 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 Ich bin Domme sehr flexibel, der kann für beide Teams spielen. Ja. Ja, das stimmt. Ich fahr. Okay, du fährst. Unter, unter, was machst du? Ich muss den grad in diese Richtung spielen. Ja, ich wollt mal gucken, wie sie jetzt reagieren und dann darauf was machen. Domme. Oh. Alles gut. Oh, okay. Okay. Uff. Ja, kommt dran. Ja. Was? Das ist aber ein Witz. Ich glaube, jemand hat mich hochgeschubt, kann das sein? Guck dir mal so an, bitte. Ach, wie bitter. Dass du jetzt noch wieder vorher dran warst. Wuuuuh. Wie immer du fährst. Mhm. Oh nein, das outert nichts. Das outert doch nichts. Ach. Ach, jetzt. Er kommt. Jawoll. Das gibt's nicht. Warte, 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 warte. Und der Olli? Nein, 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 nein. Ja, nein, nein, nein. Ja, nein, 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 nein. Ja, nein, 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 nein. Natürlich kommt er. Domme. Wieso, wenn er den Ball berührt. Keinen kotzen. Kein kotzen. Ich bin dumm. Nein, dumm. Du machst es ganz gut. Der Mushroom ist einfach nur scheiße. Ja, genau, deswegen hab ich die vier Torte gemacht. Ja, war das immer abgesnägt, dass er eben... Ja, wieso keine fünf, dann wärs jetzt unschienen. Hier natürlich! Runter! 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 Das ist ein Witz an euch! Genau wie mein Vater! Weißt du, die ganze Zeit fallen die Bälle vor unser Tor! Alter, geht's so sehr! Oh, da war er! Ja natürlich, weiß er, wenn man kommt, wieder nicht hinterher! Die fahr! Dommel! Ja! Wer füllt hier stehen? Du sollst dich stehen! Komm, Fabian, auf! Ich will durch meine komischen Aktionen nach vorne fahren! Vokassieren! Ach! Oh! Ah, natürlich! Es ist schwer schwer zum Auto! Oh! Oh! Oh nein! Was?! Ah, der fliegt durch! Nein, nein! Oh, wo du gehst! Ja! Da wäre los! Ach! Oh, das war gefährlich! Oh, Fabian! Unter! Natürlich! Doppel, kommst du irgendwie! Nein! Dann fahren wir schon so weg! Boah! Oh, wie weit ich flieg! Chance! Komm! Oh! Scheiße! Mich hat's auf den Kopf! Und du, wo bist du? Ja, ich muss eine Runde fahren. Oh! Sehr gut! Komm! Fabian, das ist deine! Oh! Natürlich gehen aufs Auto von Fabian! Nein! Wunder! Wunder! Komm! Der reicht nicht! Fabian, du musst ihn reinmachen! Komm! Oh! Doppel blockiert mich! Das war ja gut! Wie ich keinen Boost habe! Oh! Nein! 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 Oh, Simon! Mega nice, Simon! Mega nice! Mega nice! Oh, ich hatte's schon fast! Da! Da! Oh! 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 Jawoll! Oh! Nein! Halt verwischt! Oh Gott, ey! Oh, Fabian! Sorry! Oh, Fabian! Holst du dir! Nein! Oh mein Gott, Alter! Alter, Simon! Ich komm nicht ran! Holst du dir! Geh in die Mitte! Simon! No! Doppel! Alter! Doppel, ich darf ja nicht so rumschreiten! Ich eigentlich auch nicht! Ich darf ja nicht so rumschreiten! Ich weiß genau, was bei dir abgeht! Nein! Wiederkommt! Ja! Ja! Verdient! Verdient! Habt ihr verdient, ja! Alter! Doppel, das war... Ich hab nicht gesehen! Schwach! Schwach! Ja, das... Schwach war das! War das die erste Runde? Ja! Das war die erste Runde! Fuck! Moment, ja! Ich will den Raketenstart machen! Nein! Ist das alles? Genau so läuft es bei Schweiz auch immer! Oh, Marc! Guck mal, ich hab da 5 Tore gemacht, Mann! Also, eigentlich hast du 5 Mal abgestoppt! Ja, aber trotzdem! Was sind wir? Orange! Orange! Oh, toll! Hast du ganz genervt? Oh, arg! Ich weiß, ich weiß! Komm! Bunte! Wir machen jetzt den Deckel drauf! Den Deckel drauf! Ach was! Gib's rein! Natürlich! Ach was! Alter! Die Maschung will ich uns battlen hier! Übel! Domme! Wenn ich Domme anschaufe, fällt der nur rückwärts! Oh! Ah! Deine Bitch! Ah! Ah! Karma! Bunte Bitch! I know! Oh nein, zu hoch! Fabian holst du den? Nein! Ich bin zu hoch! Hi, hi! Boom! Alter, Maschung ist die Bitch! Oh, Fabian! Ja, ich bin! Oh, Alter! Ist das so ein Winkel! Karma, Fabi! Karma schlägt immer zurück! Domme! Richtig gut! Nur leider, zu spät! Im falschen Match, ich weiß! Was? Was hat der gerade für eine Kurve gemacht? Ich komme nicht rein! Fabian, kriegst du es rein? Nein! Oh, schade! Ich habe keine Torben mehr! Alter, wie hebt er es an? Komm, Fabian! Jawohl! Jawohl! Ah, ich fliege! Fliege immer! Nein! Fabian! Ja! Verdammt nochmal! Das war mein Fehler, Mann! Ich habe ihn irgendwie nicht richtig weggekommen! Alter, fliege ich runter! So einen Kauder, welcher zusammengefahren! Das gehe ich halt gar nicht! Du fällst gerne, wenn ich noch ins Bild geflogen wäre! Kennen wir irgendwo, Fabian! Ich gehe! Du fährst! Jemanden hol ihn! Ja! Nice, jemanden! Wieso habe ich das gewusst? Komm! Ja! Oh nein, das ist auch knapp! Ja! Oh, du Arsch! Okay! Boah, klar! Der will den Bugsler! Ahhhh! Verdammt! Jawohl Fabian! Tor ist leer! Tor ist leer! Schiebst du rein! Oder schiebst du in die Mitte? Ja! Warte! Oh nein! Gott! Das ist eine Verhandlung! Kriegt sie aber auch immer dann noch raus in solchen Situationen! Das war tores Glück, ey! Ja, aber... Das hat öfters... Aber... Wir sind trotzdem! Boah, alter geiler Bogen gemacht! Bogen! Bogen, Junge! Eine App! Ach! Mann, da kommt der Fahrer! Da kriegst du ja die Karte! Alter! Ich kann mal schon nach oben, ey! Ja, mein Auto gar nicht mehr! Jawohl, bunte! Dann habe ich wieder jemand! Oh! Ja! Nein! Oh! Oh! Ach! Oh, alter! Wie er ihn hebt! Ja, ich habe es genau gesehen! Komm! Ja! Okay, traut! turning action! Ah! Komm! Tool ist leer! Fabian haben wir mit der Zeit! Aber- Ich lasse es nicht zu! Das lasse ich zu! Ach! Beru sind wir wirklich mache! Super drin! Gut fallen rein! Oh man! Aah! Schön erwischt, ey. Was denn heute noch los?! Du hast kein Ballgefühl heute, gell? Nicht wirklich. Wie du gehst. Obwohl, ein Match hatte ich. Oh, Gott sei Dank hat Fabi geschielt, ja. Hab ich 3-Dore gemacht. Ich wollte euch jetzt nicht komplett blamieren, deswegen. Ich komm natürlich nicht dran. Wer will es? Wer will es? Wer will es? Ich will es, ich krieg es. Oh, Dommel, du bist schön am Ball vorbeigeflogen. Also die Drehung hat mir gefallen. Nicht einmal den Ball zu berühren, das ist eine Kunst. Er kommt. Oh, Mist. Oh, nein, Alter. Tja, schade, Dommel. Der ist gegen den Pfosten. Der ist gegen den Pfosten. Der ist gegen den Pfosten, ich habe gekauft, der holt raus. Ich habe auch keinen. Okay. Nehme ich so hin. Der ist gegen den Pfosten. Ach, Mist. Also ich dachte, der geht raus, gell? Ich auch. Ja, ich dachte auch. Ich dachte, der geht anders aus dem Pfosten. Oh, Mann. Was denn? Alles doch mal, der dann klickt. Warte, Fabian, sorry. Oh, 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 oh. Schön. Nö. Ich habe keinen. Huuu. Jetzt. Ah, der Punkte. No. Das habe ich jetzt nicht, aber das sind den Soapschlinks. Nein. Oh. Und, schieß drüber. Nein, du schießt bei mich. Sorry, sorry. Das gibt es doch nicht. Ach, was. Pff. Ich war doch eigentlich schon praktisch durch. Ja. Das Ego ist gerade heute ein bisschen das komisch vom Kollisionsproblem. Fabian? Ja, nein. Oh Gott. Unter. Ja, sehr gut. Nein. Ich muss nicht doch. Die macht dann natürlich nichts. Oh, Alter. Jawoll. Warte, ich kriege. Wie er angeflogen kommt. Komm, wir gehen so rein. Ne, ne. Ne, ne. Okay. Äh, was? Sauber, Bunte. Fabian? Jawoll. Der scheiß Affe blockiert mich. Bunte. Bunte. Ja, ja. Oh. A9. Yes. Was war das für ein Mal? Was hast du gemacht? Yes. Was hast du gemacht? Wie hast du denn abgestoppt? Alter, das geht doch nicht. Mit Absicht kriege ich das nicht hin. Ah, verdammt. Links hinter mir, genau vor das Tor. Das ist doch einfach nur Kacke. Ja. Der reicht nicht, oder? Nein. Der passt. Fabian, komm. Fabian, komm. Früher springen. Ja, komm. Der geht nicht, der geht nicht. Fabian, aber bleib dran. Der kommt nah dran. Dommel, 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 Dommel. Geh drauf, nicht stehen bleiben. Komm, Fabian, Konter. Musst doch gucken, wie er abkommt. Nein. Das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Nein, Witt. Jetzt, wie kann der an die Decke fliegen? Weiß ich nicht. Rollen lassen soll. Fabian, per. Alter. Wenn es hier noch ein drittes Spiel gibt, dann gibt es halt die Lenkstür. Folge, Emma. Nein, passiert nicht weiter. Der geht rein. Ja. Alter. Dommel, zu langsam. Viel zu langsam. Da, Dommel, bleibst du stehen. Du musst entweder, entweder direkt hinter dem, an und fahren oder im Tor bleiben. Der liegt hinterher. Weil da ist der Simon eiskalt. Der macht's hier. Eiskalt. Oh Gott. Alter. Bist du schwer, um das zu machen? Oh. Okay, Freunde. Vielen Dank. Das war's. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke. Tschau. Tschau.